Riege dich nicht zu sehr auf. Jemand verfolgt uns. Doch wieso? Wer würde denn so etwas tun? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Wir sind alle in großer Gefahr. Ja, ihr alten Dino-Nerds, endlich geht's weiter mit den Episodenbesprechungen zur allerersten Staffel von Jurassic World Chaos Theory. Ja, ich weiß, die ganze Nummer hätte schon längst über die Bühne gebracht werden sollen. Denn gerade jetzt, wo uns auch Staffel 2 zu Jurassic World Chaos Theory gerade bevorsteht, macht es aber im Endeffekt Sinn, jetzt hier noch wirklich die letzten vier oder noch fünf Episoden zu besprechen. Ich glaube, es sind sogar noch fünf Stück übrig. Ich werde jetzt hier mit diesem Video relativ nacheinander abarbeiten. Das heißt, es kann sein, dass ihr jetzt in den nächsten zwei bis drei Tagen mit Jurassic World Chaos Theory Staffel 1 Review, also Episoden-Review-Videos geflutet werdet. Denn cool wäre es natürlich, wenn ich das hier über die Bühne bringen würde, bis Staffel 2 auch dann auf Netflix erscheint. Und das Ganze ist am 17. Oktober, das ist zur Aufnahme dieses Videos hier, übermorgen. Wird also äußerst knapp werden. In diesem Sinne würde ich aber einfach sagen, lasst uns gar nicht allzu viel Zeit verlieren. Wir starten jetzt hier mit der Episoden-Review von Episode 6 von Jurassic World Chaos Theory Staffel 1, die den Titel trägt, im freien Fall. Okay, bevor wir jetzt hier mit der eigentlichen Episoden-Review beginnen, gehen wir gerade nochmal auf das ein, was wir in Episode 5 so mitbekommen haben. Denn tatsächlich schließt Episode 6 logischerweise an Ereignisse der vorherigen Episode an. Allerdings wird hier ein bestimmter Aspekt erstmal beiseite gelassen. Wir verlassen Episode 5 ja mit dem großen Cliffhanger, dass Kenjis Vater getötet wird von der mysteriösen Pfeifenlady und den Atrosiraptoren. Kurz danach taucht ein Mann, also Matteo, auf und rettet unsere Helden, Kenji und Darius, aus der gesamten Situation. Jetzt könnte man meinen, Episode 6 müsste irgendwie dann hieran anschließen. Aber das macht sie nicht, denn wir haben eine Episode zuvor ebenfalls einen neuen Plot aufgemacht. Nämlich den Plot von Ben und Sammy, die auf dem Weg zu Sammys Freundin Jess sind, um sie davor zu warnen, dass Raptoren bzw. Menschen, die Dinosaurier kontrollieren, Jagd auf die übrigen Nublar Five machen. Ebenfalls weiß Jess auch noch gar nichts davon, dass Brooklands Tod scheinbar kein Unfall gewesen ist, sondern mehr eine Art von Attentat gewesen sein könnte. Und das wollen jetzt Sammy und Ben Jess eben mitteilen. Also machen sie sich auf den Weg und versuchen sie davor zu warnen. Und Episode 6 beginnt dann erstmal mit einem wirklich schönen Flashback, wo wir erneut merken, ja, die gesamte Brooklyn-Thematik ist hier in jeder Episode immer noch spürbar. Wir haben auch in den vorherigen Episoden hier und da immer wieder mal bestimmte Flashbacks bekommen, in denen wir Brooklyn gesehen haben. Das Ganze kommt jetzt ebenfalls wieder vor. Und wir bekommen mit, dass Jess nach den Ereignissen von Jurassic World Camp Cretaceous immer noch diese Traumata von Dinosauriern hat. Das Ganze haben wir auch schon auf der Mentakorp-Insel mitbekommen, in Staffel 4 oder Staffel 5. Denn da hat sie begonnen, diese Albträume zu bekommen, dass sie vom Indominus Rex und vom Scorpius Rex gejagt wird und von T-Rexen. Und ja, diese Angst vor Dinosauriern, die total Sinn ergibt nach allem, was sie erlebt hat, die ist immer noch präsent in ihr. Und wir sehen jetzt hier am Anfang dieser Episode ein Flashback, in welchem Brooklyn Jess dabei hilft, ihre Angst, ihr Trauma vor Dinosauriern irgendwie in den Griff zu bekommen, was jetzt auch Sinn ergibt. Denn Dinosaurier sind natürlich seit neuestem auf der gesamten Welt verbreitet. Und um Jess auch wieder ein bisschen gesellschaftstauglich zu machen, muss sie eben ihre Panikzustände in Gegenwart dieser Tiere überwinden. Um das gut über die Bühne zu bekommen, wird hier mit einem Stegosaurus gearbeitet, also einem der friedlichen Pflanzenfresser. Und ja, wir merken trotz allem, dass es Jess immer noch sehr schwerfällt, diese Tiere auch nur ansatzweise zu berühren. Und sie bekommt immer wieder bestimmte Eingebungen, schon wie traumatische Kriegsflashbacks von Fleischfressern, wenn sie so ein Tier anfasst. Und damit beginnt die Episode eben, ist ein sehr schöner Aufbau auf das, was dann später folgt. Ebenfalls erwähnt Jess dann auch noch, dass sie Brooklyn sehr dankbar ist, dass sie diesen Ort hier gefunden hat. Und wir als Zuschauer wissen noch überhaupt nicht, um was für einen Ort es sich hier genau handelt. Und genau darum geht es in dieser sechsten Episode. Das hier ist eine reine Jess-Episode, die erneut zeigt, wie genial diese Serie mit den einzelnen Figuren umgeht und ebenfalls nochmal Dinge aufbaut, die wir in den vorherigen Staffeln oder eben der vorherigen Serie bereits aufgebaut bekommen haben. Denn dieses gesamte Traumata von Jess, was sie eben im Laufe der Geschichte von Camp Cretaceous bekommen hat, hat sie nun in ein Dorf geführt, dessen Name ich gerade wieder vergessen habe. Ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben können. Auf jeden Fall ist dieses Dorf komplett abgeriegelt von der Außenwelt und ist dafür da, um Menschen, die panische Angst vor Dinosauriern zu haben, mit bestimmten Therapien zu helfen, naja, ihre Angst in den Griff zu bekommen. Und um das wirklich möglichst sicher und ohne Komplikationen über die Bühne bringen zu können, ist diese gesamte Umgebung abgeschottet von der Außenwelt, damit eben auch keine Dinosaurier hereinkommen. Wir sehen also, wie Ben und Sammy, nachdem Sammy mit Jess telefoniert hat, dass sie sich jetzt eben wiedersehen werden, wie sie über eine Brücke drüberfahren und auf diese Insel gelangen, auf der dieses kleine Dörfchen steht. Dieser gesamte Aufbau von der abgeschotteten kleinen Stadt ist eine Referenz an eine Idee von Michael Crichton selber, der ursprünglich für ein drittes Jurassic Park Buch die Idee gehabt hat, dass sich bestimmte Städte auf der Welt mit gewaltigen Mauern einkesseln mussten, weil Dinosaurier inzwischen die Oberhand der Population auf der gesamten Welt erlangt haben. Michael Crichton selbst fand die Idee dann im Endeffekt aber doch nicht so genial, deswegen wurde das Buch dann auch nie wirklich umgesetzt, wo wir auch sagen können, ist wahrscheinlich auch gut so, weil die Story dann doch ein bisschen seltsam wäre, wie das auf einmal so eskaliert wäre, ein apokalyptisches Szenario, dass nur noch zwei bis drei Städte am Start gewesen wären und der gesamte Rest von Dinosauriern bevölkert wurde. Aber genau diesen Aspekt haben sie jetzt hier für die sechste Episode von Jurassic World Chaos Theory Staffel 1 genommen und das eben umgewandelt in so eine Reha, wo wie gesagt verschiedene Menschen eben mit ihren Ängsten klarkommen können. Sammy und Jess treffen jetzt also wieder aufeinander und zu Beginn hatte Sammy immer so ein paar Bedenken, ihre Freundin wiederzusehen, weil die beiden haben sich doch voneinander entfernt. Jess wollte eben in diese Reha und studierte auch, meine ich, das wurde glaube ich mal ganz kurz erwähnt und der Kontakt zwischen den beiden ist doch sehr, sehr stark eingebrochen. Und mal ganz ehrlich, wir als Zuschauer haben doch auch vom Fernseher gesessen und uns gedacht, oh bitte gib mir jetzt nicht so ein Teenie-Liebenschnulzen-Drama und was soll ich sagen, Gott sei Dank haben wir das auch nicht bekommen. Nein, die beiden sehen sich wieder und im allerersten Augenblick freuen sie sich auch wirklich alle beide, dass sie jetzt wieder, naja, zusammen sind. Das Ganze ist ja süß aufgebaut und wir bekommen dann von beiden Figuren so ein paar Hintergrunddetails. Bisher kannten wir immer nur die Geschichte von Sammy, die das Ganze eben so erzählt hat, dass, naja, Jess sich bei ihr nicht mehr melden würde. Wir haben also immer nur die ganze Story aus einer einzigen Perspektive mitbekommen. Und jetzt bekommen wir hier in der Episode auch mal die Sicht von Jess selber zu sehen. Unter anderem auch in dem Flashback zu Beginn, wo sie eben erzählt, naja, dass sie eben so ein bisschen Abstand von Sammy gebraucht hatte, weil die angefangen hat, sie zu behandeln wie ein kleines Kind. Eben aus dem Grund, weil Jess diese Angststörung vor Dinosauriern hat. Und wir kennen ja Sammy. Ich meine, das ist dem Charakter treu geblieben, dass sie immer so überfürsorglich ist. Und genau das wollte Jess eben nicht. Sie wollte beweisen, ey, ich kann das auch in den Griff bekommen. Ich muss hier nicht bedutschi-dutschi-duttelt-duttelt werden. Ich kann diese Angst überwinden. Deswegen hat sie sich eben dann auch von Sammy entfernt. Und die weiß übrigens auch gar nichts davon, dass Jess in so einer Art von Dinosaurier-Reha ist, weil sie eben ganz genau wusste, wie die liebe Sam dann darauf reagiert hätte. Und diese ganze Fürsorge wurde eben einfach zu viel. Aus dieser Perspektive gesehen, haben wir jetzt wirklich von beiden Frauen so eine Ansicht. Und irgendwie können wir beide nachvollziehen. Das Ganze wird jetzt hier nicht extrem aufgedröselt. Da ist jetzt kein großes Teenie-Beziehungsdrama draus gemacht worden. Aber ich fand es ganz schön, dass man das wirklich nochmal mit aufgebaut hat, um einfach zu zeigen, ja, das sind immer noch die Figuren, die wir kennen. Weil das passt zu der Situation, die sie eben davor in der Serie durchlebt haben. Ben bleibt hier bei der Fahrt wirklich wieder der Knaller. Also ich muss sagen, dass Ben es immer wieder schafft, auf eine wirklich charmante, witzige Art und Weise Situationen zu brechen. Und ich bin da nicht unbedingt ein Fan davon. Ist eine Sache, die ich bei Marvel immer extrem kritisiere. Wenn wir ernste Szenen haben, ernste Gespräche haben oder auch mal traurige Momente miterleben, dann muss Marvel immer einen Gag danach bringen und das Ganze irgendwie saublöd entschärfen. Das haben wir jetzt hier auch. Zumindest sind wir zweimal im Kopf geblieben, in denen Ben das eben macht. Einer der beiden Momente ist der, in welchem sich dann wirklich auch Sammy mal auskotzt und Jess vorwirft, dass die sie eigentlich im Stich gelassen hat. Auf einmal ploppt im Hintergrund ein riesiger Fleischfresser auf, aber nur als Hologramm, weil Ben an irgendeinem Steuerungskasten rumgespielt hat. Denn diese Reha-Anlage besitzt auch eine einzige Station, in welcher bestimmte Dinosaurier-Hologramme erschaffen werden können, um eben den Bewohnern, den Patienten zu helfen, ihre Angst zu überwinden. Hierbei ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt mal merken, dass gesagt wird, es gibt hier nur eine einzige Station für diese Dinosaurier-Hologramme, die dann da eben aufgerufen werden. Was übrigens auch eine kleine Referenz an Jurassic World 1 ist, weil da haben wir ja auch diese kleinen Hologramme gehabt, wo wir einmal ganz kurz sehen, wie der Dilophosaurus auftaucht und einer der Velociraptoren, ich meine, das war sogar Blue, sich versucht mit dem anzulegen. Dieses Hologramm haben wir jetzt hier eben auch wieder und bekommen gezeigt, dass das verschiedene Dinosaurier hervorbringen kann. Den Tyrannosaurus Rex sehen wir, glaube ich, einmal. Dann den Nasutoceratops, meine ich. Auf jeden Fall verschiedene Varianten, die eben davon dargestellt werden. Sammy und Jess streiten sich also immer noch weiter und Sammy meint dann eben, okay, sie braucht jetzt erstmal ihren Freiraum und marschiert einfach blind drauf los, dieses Dörfchen hier zu verlassen, während Ben und Jess zurückbleiben. Und zwar bleiben die beiden in dieser Station liegen. Das ist so, wie so eine Holzhütte ist das Ganze aufgebaut und die beiden legen sich erstmal hin und Ben fängt dann ebenfalls an zu sagen, ey, ich weiß, wie schwer es ist, so eine Beziehung und Freundin und oh Gott, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und Jess guckt ihn dann daraufhin ganz skeptisch an, du hast eine Freundin und dieser Gag taucht eben wieder auf und dann sagt Ben, ja, warum glaubt das denn keiner? Ja, hier muss ich sagen, dieser Gag ist immer noch einigermaßen witzig, aber langsam reicht's. Den haben wir jetzt, glaube ich, seit Episode 1 in jeder Episode gesehen, in welcher wir neue Figuren oder unsere alten Figuren neu eingeführt haben. Das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist langsam, ist es jetzt gut. Plötzlich tauchen Schreie auf und wir hören ein Dinosaurier-Gebrüll von irgendwo aus der Ferne und man könnte jetzt eigentlich denken, das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Ich meine, wir sind hier in einer Reha, wo Menschen lernen, mit ihren Ängsten klarzukommen und wir haben ja anscheinend so Dinosaurier-Hologramm-Therapiestätten. Jetzt haben wir aber eben gerade erst besprochen, dass es laut Yes-Aussage selber nur eine einzige davon auf dieser Insel gibt. Und in dieser Station befinden sich aktuell Ben und Yes. Ebenfalls wird erwähnt, dass die Lautsprecher ausgeschaltet sind. Das heißt, irgendwas stimmt hier nicht. Und kurz darauf sehen wir dann auch, ja, tatsächlich haben es Dinosaurier geschafft, auf diese eigentlich friedliche Insel zu kommen und greifen die Bewohner an. Ein sogenannter Backless Spinax taucht hier auf, ja, der eigentlich so aussieht wie ein Spinosaurus, nur mit kleinerem Segel. Und wir sehen tatsächlich, wie er unschuldige Dorfbewohner frisst. Das passiert nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern ganze dreimal. Und obwohl das hier eine Kinderserie ist, man versucht immer wieder, die Tode dann auch so ein bisschen auszuklammern oder zu zensieren. Aber ich glaube, dass in dieser Episode, da sehen wir zum allerersten Mal auch wirklich, naja, so richtige Tode. Wir sehen zum Beispiel auch, wie der Backless Spinax einen Bewohner, der versucht, in Bens Van reinzurennen, um sich eben dann auch zu retten, wie der versucht, die Hände von Yes zu greifen, dann vom Backless Spinax aber gepackt wird. Er wird hochgezogen. Der Backless Spinax richtet seinen Kopf nach oben aus der Kamera raus. Und wir wissen, die Person wurde eben gerade umgebracht. Auch hier fangen dann logischerweise wieder an, die Angstzustände von Yes wirklich reinzuscheppern. und Ben muss sie dann eben auch beruhigen und sagt ihr, ey, ruf sofort Sammy an, weil die hat sich ja vorhin vor der gesamten Gruppe entfernt. Die weiß davon sehr wahrscheinlich noch gar nichts. Und ja, Sammy ist tatsächlich so voller Wut, dass die einfach irgendwo hingelaufen ist und kommt dann wieder bei der Brücke raus, über die sie eigentlich in das Dorf gekommen sind und merkt dann, wie Yes und Ben von hinten mit dem Van angefahren kommen. Der Backless Spinax ist den beiden allerdings dicht auf den Fersen. Und dann bekommen wir eine recht coole Szene, die uns auch wieder zeigt, die Serie ist einfach so viel besser als die Jurassic World-Filme. In Jurassic World haben wir spätestens ab dem zweiten Teil eigentlich nur noch Dinosaurier, die die bösen Menschen fressen. So Dinosaurier wie Blue, die mehr so die Freunde von den Menschen sind. Auch der T-Rex tötet ja eigentlich nur noch die die Villains, also die ganzen Bösewichte in der Geschichte. Hier in der Serie haben wir jetzt wirklich das Gefühl, die Dinosaurier sind wirklich noch gefährlich. Auch gegenüber unserer Protagonisten jetzt hier, weil der Backless Spinax wirklich ultra aggressiv auf diesen Van losgeht. Und ich will hier mal ganz kurz eine kleine Theorie einschmeißen, die wir so noch gar nicht besprochen haben, die mir aber jetzt bei dem Gucken der Episode aufgefallen ist. Der Backless Spinax verhält sich auffällig merkwürdig, bin ich zumindest der Meinung. Ich finde, dass dieses Tier in bestimmten Momenten keinen Grund mehr hatte, den Van von Ben und Sammy anzugreifen. Wir bekommen nämlich kurz danach noch eine weitere Szene, in welcher dann Sammy es irgendwie schafft, in diesen Van reinzugehen oder reinzukommen, weil Jesse reinzieht und dann fährt Ben los. Und auf einmal schaut Jesse in den Rückspiegel und runzelt so die Stirn und merkt, der Backless Spinax ist stehen geblieben. Er hat aufgehört, sie zu verfolgen. Dieses Stirnrunzeln von Yes soll uns als Zuschauer definitiv signalisieren, da stimmt irgendwas nicht. Die Kamera switcht also nach vorne und wir bemerken, dass ein weiterer Backless Spinax auch auf der anderen Seite der Brücke steht und unsere Helden jetzt hier in der Mitte eingekesselt sind. Dann taucht die DPW auf und wir können uns eigentlich darauf gefasst machen, ja, jetzt ist alles wieder gut, unsere Helden werden gerettet, denn die DPW ist ja mit Waffen ausgerüstet, um Dinosaurier zu betäuben. Wir haben jetzt hier zwei Backless Spinax. Das sollten die eigentlich in den Griff bekommen und einer der DPW nimmt das Gewehr in die Hand und er schießt und schießt irgendwie daneben. Er trifft den Backless Spinax nicht und der Pfeil, der knallt gegen die Windschutzscheibe des Vans. Und ja, Sammy regt sich dann erstmal darüber auf, dass er gefälligst aufpassen soll, wo er hinschießt, weil das hätte auch ins Auge gehen können. Wenn wir die Szene mal ganz genau beachten, können wir sogar sehen, dass der Pfeil auf Kopfhöhe von Ben gegen die Windschutzscheibe knallt. Der wäre dann wahrscheinlich eher tot gewesen. Aber ich meine, das war nur ein Versehen, das kann man ja auch mal verzeihen. Oder auch nicht. Nein, wir finden kurz danach heraus, dass sich unsere Helden hier in so einer Art Captain America 2 The Winter Soldier Moment befinden. Die DPW, die eigentlich dafür da sein sollte, um die Menschen vor Dinosauriern zu beschützen, scheint irgendwie, naja, die Seiten geswitcht zu haben. Unter anderem bemerkt Sammy nämlich auch, dass das Tor auf der Brücke wohl geöffnet worden sein muss, um die Backless Bionics draufzulassen. Ja, auch das war die DPW selbst gewesen, die nun ihre Gewehre nachlädt und dann auf die Reifen von Bans Van schießt. Und jetzt merken wir, okay, hier ist irgendwas faul. Erneut bemerken wir, genau dann, als der Van mit platten Reifen schräg zur Brücke steht, dass der Backless Bionics genau jetzt von hinten wieder angerannt kommt und den Van ins Wasser schubst. Er fällt auch selber hinterher und dann bekommen wir einen Cut, die Episode ist vorbei. Worauf ich vorhin eingehen wollte, meine Theorie hierbei ist eine Sache, die, glaube ich, nie erklärt wurde, über die wir aber mal sprechen sollten. Warum verhält sich der Backless Bionics so, als würde er gesteuert werden? Also er greift wirklich nur dann an, wenn es Sinn macht. Er bleibt stehen, als würde er quasi gerade den Befehl bekommen, stehen zu bleiben. Und wir haben uns in Livestreams schon mal darüber unterhalten, dass ja hier bestimmte Attentate mit Dinosauriern eigentlich ein bisschen seltsam sind. Das ist so, da ist sehr viel Glück mit dabei. Darüber sprechen wir in den kommenden Episoden nochmal ein bisschen. Aber eigentlich sind diese Angriffe doch sehr willkürlich. Was aber, wenn das überhaupt nicht der Fall ist? Ich meine, wir haben in Jurassic World Camp Cretaceous mitbekommen, dass Dinosaurier mit diesen blöden Playstation-Controllern gesteuert wurden. Das war kompletter Quatsch. Aber Jurassic World Dominion hat uns ebenfalls gezeigt, dass Dinosaurier aufgrund von implantierten Chips gesteuert werden können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass zumindest der eine Backless Bionics ebenfalls mit so einem Chip gesteuert wurde. Das würde auch erklären, warum Dinosaurier-Angriffe so koordiniert, so gezielt stattfinden können. Weil die Saurier eben nicht einfach nur dressiert wurden, nein, sondern weil die eben mit diesen Chips ausgestattet wurden. Bis auf die Atrosiraptoren, die sind tatsächlich von der Pfeifenlady trainiert worden. Ach ja, übrigens ein netter kleiner Side-Fact, der hier in der Episode auch nochmal erwähnt wird, dass auf der gesamten Insel, auf welcher diese Reha gebaut wurde, da ist auch überall westindischer Flieder angepflanzt worden, weil davon werden Dinosaurier krank. Das fand ich auch eine sehr coole Referenz an Jurassic Park 1, weil das haben wir ja auch da erfahren von Dr. Ellie Settler, dass deswegen der Triceratops damals krank geworden ist. Aber wie gesagt, die Episode endet jetzt eben damit, dass Ben, Sammy und Jess mit dem Backless Spinax im Van von Ben ins Wasser runterscheppern. Und dann bekommen wir ein schwarzes Bild, die Episode ist vorbei. Und ich bin wie immer jetzt auf deine Meinung gespannt. Was hältst du von Episode 6 von Jurassic World Chaos Theory? Ich muss sagen, Episode 5 fand ich ein bisschen denkwürdiger, einfach aus dem Moment, weil hier halt Kenndys Vater auch einfach den Tod gefunden hat, weil hier das Geheimnis um Brooklyn noch ein bisschen weiter aufgebaut wurde. Aber Episode 6 hat uns erneut gezeigt, wie respektvoll und wie durchdacht hier mit den Figuren umgegangen wird. Genau so muss ein Abenteuer aussehen, mit menschlichen Charakteren in einer Welt voll Dinosaurier. Fand ich auf jeden Fall sehr geil. Vielleicht mache ich nochmal ein Episoden-Ranking von Staffel 1. Mal gucken. Erstmal müssen wir alle Episoden-Besprechungen hinter uns kriegen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schreibt mir alle eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Wir sehen uns dann bei Episode 7 wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.